Musik Hey Leute, hier ist ein neues Video von Nick LP äh, Niklas LP, Entschuldigung, ich bin schon ganz deutsch einander ähm, Ace of Space hier ist auch der Julian, hallo Julian Hallo Niklas Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme, Ace of Space äh, Ace of Space Ace, Ace äh, heute mal mit dem Niklas Niklas sagt mal hallo Hallo haa haa, haa, haa haa, haa, haa haa, haa, haa heute mal auf dem Server German Space ich weiß nicht, welcher Mod das German Space nicht spät Spade, irgendwas in der Rüsten davon welcher Mod Nein, ich verlinke, was? welcher Mod? P, C, T, F M, C, T, F so in der Richtung da, ja Capture the Flag nee Capture, nein doch irgendwie so Capture the Flag Capture the Flag, doch Stillegrund ich bin jetzt auch in deinem Team müsste ich eigentlich sagen ja, ich bin in deinem Team ähm, ja muss ich hier mal irgendwie rüberkommen Alter, ist das geil es war ganz klar, das macht ähm, wenn ihr gerne wissen wollt, wie man die Waffen ändert, also das Aussehen dann mich einfach anschreiben ja, wie geht das? das will ich auch mal wissen und dann zeige ich das euch in einem Tutorial das will ich auch mal wissen willst du es haben, wie ich es habe? ja ja ja, das kriege ich hier mal gleich, ähm, später auf jeden Fall wir sind nämlich gerade in einer richtig harten Aufnahmesession ja, weil wir, weil wir nehmen jetzt eigentlich am Stück 4 Ace of Space auf naja eins ist schon gemacht, also noch 3 Ace of Space naja, zwei, zweieinhalb zwei, nein, dreieinhalb drei dreieinhalb dreieinhalb dreiein muss und dann noch einmal Minecraft dich alleine mit Junge Wolster wie kommt denn in der perfekte Basis? ja, er flippt immer so aus, das ist normal nein, Alter, es flippt mich nicht so aus, aber jetzt flippt es nicht so aus FITTICH! warum geht der Wikt da nicht tot? wo bist du? ähm, in der Basis ich überlebe das nicht das muss ich auch noch überlegen jetzt muss ich auch noch übers Meer das können heute noch oh es gibt ne Brücke ja es gibt auch ne Brücke komm her, du Klang boah, jetzt, jetzt werd ich jetzt kommt das oh fuck, ich hab vergessen aufzunehmen du hast vergessen aufzunehmen du hast vergessen aufzunehmen? äh, Dingsbums äh, Dingsbums du weißt ja, ähm, Zeit machen ne? achso klar man 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 das, das, nein das darf nicht ja, das regt mich auf es gibt hier so ne riesige Mittelinsel oder komm, ey, du Klangpicker ähm, ich meine das oh, warum geht der nicht tot? warum nicht? noch einmal, noch einmal noch eine Sache ich würde gerne, dass ihr das nicht so ernst nimmt, wenn ich irgendwie Gewaltausdrücke nehme das dient nur zu eurer Unterhaltung und äh, ich darf mich doch mal aufregen, oder? aufregen 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 gut ist du bist lustig ey, JJ Eatser bleib stehen ich hab ich glaub irgendwo gesehen du bist glaub ich da hinten das war jetzt nicht euer ernst wo war der? man boah man, peinlich JJ Eatser ist ja noch eins vor mir zwei vor dir oh, und der, der hatte das Intel ah, Glück und Unglück ich hatte kein Intel, aber egal nein, die nicht, aber der andere, den ich gekillt habe der hatte unser Intel ach so wie viel FPS hast du eigentlich, wenn du aufnimmst? äh, 40 um die 40 und du? durchgehend 8 180 oder immer so in der Richtung 370 grad mit deinem Hundi, sein PC heißt nämlich Hundi hat die Fresse das stimmt doch ja das stimmt auch ah ja, übrigens ich geb dir noch einen Tipp ja du hörst dich ein bisschen krank an ich? nein ich hab nur grad ein bisschen aufgeregt ja, wir haben's kapiert ich darf jetzt nicht ausflippen doch, du darfst ausflippen 眠 SPRUifi schein junge wie wie, wie weiß das wo mein Kopf ist wenn ich mich dunk wenn ich ins voll ja nein warum hast mich gerade aufgeregt das ist das nur so und so eure Unterhaltung ja ich weiß ich bin behindert ja ich muss mich ja auf der Spiegel das ist so gut dass man sich aufregt muss er also okay ich glaube das kommt bei mir zu als erster erst bei zuerst an der ersten Stelle ja doch er sieht mich er sieht mich alle kommen rein das ist das aber ein kann ich nicht zuhause jetzt ist besser Prozent das sind was für ein Thema haben wir denn heizt wir haben sein auch Behinderungen das Bild das war jetzt also du bist total cool ist gar keine Behinderung auch hier die Elze oder so weiss doch gar nicht keine Sünde schon gepoppt hat ja klar nicht sie wie alt er ist er ist nämlich erst 13 hat so ein Knall ich bin 14 Arschloch ich will Junge Junge der kann mich nicht treffen super gemacht und und in halbisch die Kälte wichser Entschuldigung Leute der wichser Schuss kann so bitte alle Prozent alle Kraft dinger ausblieben ich mach doch nicht versuch nicht mit nicht wo kann der Schuss jetzt bitte die Kassen die Kasse das wäre gern wenn er in seinem Boot käme wo kann der Schuss wo kann der bitte schöner Schuss weiß ich nicht hier ist alles ruhig ich frage mich jetzt gerade ehrlich wie lange nehme ich schon auf dann nehme ich schon auf ich gucke fast 10 Minuten noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht in zwei Minuten warte da die ehren meisten von euch das Video ähnlich bis hier gucken Wieso hat er mich getroffen wie kann er nun ein Dach schießen bitteschön durch drei Blöcke wie kann er denn durchschießen wieso dieser Schuss Wichser wieso wie können die das bitte wie 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 ab die hast du gut studiert oder erbildet gesagt gelernt es war nicht einstudiert das ist einstudiert Good morning is the morning, by the morning, with the morning das ist einstudiert du wirst ja gleich nur ein Schrein, der extrem laut sein könnte ja, der ist ja auch voll einer, dieser kleine Ficker äh, äh, auspiepen piep der kleine piep das war ich selber schuld mit 12 Jahren echt hart stimmt, du bist ja noch 10 ich bin nicht mehr 10 ich bin doch schon 12 du hast mich aber auch verarscht also du wusstest noch nicht mehr wie alt ich bin bis 40 wollte ich nur ein bisschen mehr ans Bein pinkeln mit einer Schottgarten das ist löcherisch, die Gegner inklusive Geschlechtsorgan das kam jetzt ekelhaft rüber, ne? wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ja und ich hab den Koffer so da hinten ist keiner und wir haben wieder einen Punkt mehr so Nick das war ganz schön knapp ne okay, ich sag schon mal wenn euch das Video gefallen hat dann lasst doch einen Kommentar eigentlich eher gesagt eine Bewertung da Tschüss Tschüss das ist das ist